Ich schmecke mich heute nur mit Lip-Linern. Wir starten immer mit Foundation und Concealer. Also der hellste, den ich habe, ist der hier. Das könnte gerade noch funktionieren. Okay. Aber eigentlich ist das ein ziemlich guter Match. Einfach mal nur unter die Augen. Und verblenden. Also ein bisschen funktioniert hat es, glaube ich, oder? Bronzer und Blush. Also die Farbe gefällt mir schon mal. Ein bisschen in die Nase. Also die trocknen auf jeden Fall sehr schnell. Beim Blush muss ich ein bisschen schneller sein. Wie wäre es mit dem für die Augenbrauen? Dunkel, aber gar nicht mal so schlecht. Beim Lidschatten habe ich irgendwie Bock auf Pink. No risk, no fun. Mit dem Finger verblenden. Hey, 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 hey. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hm, da fehlt aber noch was. Und zwar Eyeliner. Ja, ich habe einen schwarzen Lip-Liner. Okay, der ist verdammt gut geworden. Und jetzt sind eigentlich nur noch die Lippen dran. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich Lip-Liner wirklich als Lip-Liner benutze. Und ich habe jetzt auch schon einen fertigen Look. Was meint ihr dazu?